So und hier kann man gerade vor zum Strand laufen. Das ist eine riesen Poolanlage mit schönen Palmen. Es sieht einfach nur grandios aus, das Hotel. Das ist so ein richtiges Luxushotel. Matthias macht euch die Fotos. Matthias, wie bist du begeistert von dem Hotel? Also das Hotel ist wirklich super, super schön und egal wie groß es auch ist, man merkt richtig wirklich, dass es einen ganz, ganz familiären und privaten Charakter trotzdem hat. Also wirklich super, super schön und ja, wir werden jetzt euch weitere Videos zeigen, gehen jetzt runter ans Strand und zeigen euch dann noch mehr von der Anlage. Und wer mehr sehen möchte, einfach unten für Gefällt mir auf Reisebüro Fedda drücken und dann seht ihr unsere ganzen weiteren Videos.